meine freundin herzlich willkommen zu einer neuen folge sheet wo wir befinden uns heute wieder in einer spannenden schlacht in der wüsten arena gegen griechen römer und ägypter wir sind sogar selber ägypter aber ich bin mal gespannt ich habe es alle mal auf aggressiv gestellt mal sehen wir wie weit wir kommen für die neu sind er könnte gerne abonnieren um mich zu unterstützen da geht es auch schon direkt los da sind wir am start ich bin gespannt wie aggressiv aggressiv ist und sie geben uns jetzt richtig hart auf die fresse dass wir eher so verteidigen sollten als angriff aber der geht schon direkt los es prügel sich alle direkt in der mitte jawohl 30 streiten freut sich der dritte warte was shit jungs menschen machen ab für cleopatra ne warte ich bin der neue king für bin ich nie eigentlich für mich so wir machen direkt erstmal das tor kaputt dann kommen die auch nicht mal raus ist gut und das ist immer drauf immer drauf das ist eine gute idee solange blau und grün grün da richtig hart beschäftigt sind können wir gelb richtig die werden jetzt wahrscheinlich richtig hart raus rösen dann machen wir einen kleinen taktischen rückzug warte noch einmal drauf knüppeln so jetzt ein bisschen verarschen 5 hp kommt jungs läuft pass auf wir locken jetzt in die mitte ok gelb ist doch nicht so dumm wie sie aussehen gelb sind meine friends die ägypter ne pass auf oh doch oh leute wir haben sie wir haben sie wir haben sie gelb ist dumm gelb ist richtig dumm komm rein da nimm das ding ein los just do it schnell da bevor sie wieder neu spawnt ich hab hier nur 10 mann als ob gelb in der mitte ach komm die werden platt gemacht jetzt komm die können das doch vergessen die schaffen das niemals wie einer hat ein limit erreicht das geht so gar nicht wir erhöhen direkt mal naja schon mal paar verteidiger ist gut jetzt müssen wir noch gelb hart abschnitteln und dann haben wir das aber gelb ist eigentlich gerade ganz gut die haben nämlich jetzt die möglichkeit in der mitte einfach immer zu spawnen die sind so gut dabei dass wir easygoing einfach außenrum alles einnehmen können passen mal auf kommt meine Freunde immer drüfter ja knippel sind kaputt so jetzt machen wir noch ein bisschen was mehr Torschaden dann machen wir jetzt dieselbe Taktik oh nein blau die ernsthaft platt gemacht oh fuck Leute nicht da rein dieses in der grün ich dachte das wäre blau kacke ich glaube ich habe mich gerade vertan wo ist denn jetzt blau hin ich glaube blau war da oben ups alter die rennen wir hin fritz macht nicht diesen haltet sie auf meine freunde ja sind sie tot gut hat keine krieger wahrscheinlich noch nicht so viel ne ok aber grün bettelt sich mit blau ist gut aber grün hat versagt das ist nicht gut wir müssen wir müssen grün austricksen komm Leute versteckt euch hier hinter versteckt euch versteckt euch äh warten komm der bekommt nicht mit dass wir hier sind ok 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 wir hinter stehen und zugucken hallo komm Freunde komm 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 ich bin drin kommt ihr alle rein Leute kommt ihr alle rein los 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 alle schnell grün einnehmen boah wenn wir das hier eingenommen haben können wir richtig hart nachspawn und blau richtig fertig machen perfekt ok das ist richtig gut glaube ich hoffe ich so jetzt müssen wir nur noch gucken dass wir hier blau ein bisschen was auf Trab halten oh fuck was hab ich denn jetzt in meinem Horn oh shit oh wer nachts seid vorsichtig vorhin drauf kommt schon ja zack boah alter jetzt werden die sogar hier noch beschossen von von Dings und so richtig gut ok keine ahnung was das bringt scheiße noch mehr Gesundheit ok Leute ist egal die Gesundheit bringt uns alle für alles oh die lernen dazu die wollen woanders hin ja meine Freunde nicht mit mir nicht mit mir haha die hat ja da liegt ja voll drauf ja zack für Ramses oder für mich eher gesagt zack und zack komm meine Freunde komm 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 zurück wir brauchen ein paar mehr Männer Kriegers oh die wollen die Mitte einnehmen der ist schnell der ist zu schnell boah das war close aber da kriegen wir hin ja zack ich hab einen gehitet und noch einen gehitet und noch einen nachkampfschalen locken na gut besser als nichts ne da die fliehen das sind doch nur noch Römer ne wenn ich das hier sehe komm der hat keine Schnitte oh oh alter voll drauf da ja zack komm wir jetzt Zeit perfekt ihr macht das da ich knüppel schon mal ich knüppel schon mal das Tor kaputt in der Zeit könnt ihr ja nicht rausgehen das ist richtig gut gemacht eigentlich nein von 6 Minuten haben wir richtig fertig gemacht hier richtig gut können wir ja fast mit Leid haben ne aber ähm gelb haben wir richtig schnell ausgerottet voll drauf meine Freunde ich hab Verstärkung ne warte wenn ich weglaufe dann laufen die anderen hinterher ne komm Leute voll drauf keine Müdigkeit zeigen ja käfft euch durch ja jetzt kriege ich auch Gold pro Minute pro Euro überhaupt nicht ich will Schaden machen Schaden ja jetzt siehts ja aus als wenn wir genug Schaden denn machen sind aber die spawnen richtig gut jetzt sind richtig viele Lea spawn hey 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 vielleicht sollte ich mal mitwerfen hier und da und zu und zack 13 Männer das bringt gar nichts 10 9 8 7 ok wir brauchen eine deutlich größere Armee das geht so gar nicht wir brauchen Pharaonen ne wie heißen die? doch Pharaonen oder? Pharaonen Wache haha natürlich wollen sie in die Mitte hinhaben natürlich und Jungs covered was die können können wir schon lange ich halte das hier ja und noch mehr Gesundheit pro Minute oh fuck Alter wir können auch einfach so viel Gesundheit reinballern dass sie einfach instant spawnen also äh wiedergelebt werden also wir hier so viel Leben haben so das meine ich gut schon macht sie fertig ich hole nochmal Verstärkung ja knüppelt euch gut schon haltet die mal auf ich bin mal gespannt wie viel wir auf dieser Map hier zusammen kriegen gut schon lenkt die mal ab ich spaw mal ein paar neue ok 200 Pharaonen wachen Alter wie die sich da raus quitschen yo ok 196 ja wir wollen ja fair bleiben Schilder hoch oh natürlich wurde ich getroffen jawohl Leute drauf da aber ich find's so schade dass die Entwickler dann nicht einfach mal ein kleines Statement bringen yo alle voll drauf jawohl da knüppelt sie der Rest rett mit mir außenrum so 196 Männer wir müssen doch hier irgendwas hinkriegen oder? denn da sollten wir einfach gar nichts hinkriegen komm meine Freunde versucht's doch ne versucht sie aufzuhalten ich renne hier rein und mach das alleine oh 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 guten Tag ich geh wieder oh ja meine Freunde rein da es ruckelt ein bisschen aber nur minimal aber da kriegen wir hin und wie sie da Schlange stehen komm schon meine Freunde strömt herein oh hey halt mal liegen mein Freund boah wir haben wieder zwei Punkte da holt ihn euch ja strömt ihr Pharaon Könige strömt ne Krieger ich weiß nicht was es war wie B wo ist denn jetzt B hier? da der letzte jo alles klar verlau mich drauf ho ho ich bin hab's geschafft do not die in a match endlich nach tausenden Runden wir haben hart dominiert würde ich sagen obwohl sie alle darauf aggressiv waren habe ich echt gedacht dass sie besser wären aber na gut hat trotzdem Spaß gemacht schreibt's gerne in den Kommentar was ihr davon haltet und ich würde sagen bis zur nächsten Folge haut rein ciao